Die Waage üblicherweise in Form der Balkenwagen symbolisiert zum einen das Marktrecht, wie es Orten und Städten durch Erlass des Lehnsherren übertragen wurde. Eine andere Bedeutung hat die Balkenwagen, speziell wegen ihrer symmetrischen Erscheinung bei erreichtem Gleichgewicht, als Symbol der Gerechtigkeit und als Attribut der Justitia. Hier wird sie als ein besonderes Wiedererkennungszeichen eingesetzt. Und im übertragenen Sinne ist die Ausgewogenheit und die Neutralität zur Eigenschaft der Balkenwaage gemacht worden. Schriftzeichen Unicode enthält ein Schriftzeichen für das Balkenwagen-Symbol als U plus 2 6 9 6 Scales im Block verschiedene Symbole. Es wird gelegentlich in Wörterbüchern zur Kennzeichnung juristischer Fachausdrücke verwendet. Heraldik Als Symbol des Handels oder der Gerechtigkeit ist die Balkenwaage in das Wappen vieler Orte aufgenommen worden und wird somit zur gemeinen Figur in Der Heraldik Aus den Erklärungen zur Wappenbeschreibung geht nicht immer der genaue Grund für die Wahl des Symbols hervor. Beispielsweise führen die Orte Niederstadtfeld, Strohn, Neroth, Rockesküll, Kellberg, Steimel, Aufstein, Malberg, Hefesweiler, Klingenmünster, Oberheit und Hagenbüchach eine Waage im Wappen. Punkt, Punkt Punkt, Punkt